Obwohl er ein ganzes Stück kleiner als die anderen Tiere in seiner Herde ist, fühlt sich der Schafbock zwischen den Galloway-Rindern auf einer Weide in Hakebrücke pudelwohl. Mit einer mehrmonatigen Unterbrechung steht er seit Mai vergangenen Jahres schon auf der Weide. Rinderzüchter Heinrich Block sucht nun einen neuen Besitzer, in dessen sichere Hände das Kamerun-Schaf kommt und sich dann wieder einer Herde mit seinen Artgenossen anschließt. Untertitelung des ZDF, 2020